Eckhard Jesse ist ein deutscher Politikwissenschaftler, der als führender Extremismusforscher in Deutschland gilt. Er war von 1993 bis 2014 Inhaber des Lehrstuhls Politische Systeme, politische Institutionen an der TU Chemnitz. Im Jahre 2007 amtierte Jesse als Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Politikwissenschaft. Gemeinsam mit Huwe Backes vom Hannah Arendt-Institut für Totalitarismusforschung ist er seit den 1980er-90er Jahren Herausgeber des Jahrbuchs Extremismus und Demokratie und der gleichnamigen Schriftenreihe sowie Gründer des Feldensteiner Kreises zur Erforschung von Extremismus und Demokratie. Jesse und Backes sind auch Autoren des dreibändigen Standardwerkes Politischer Extremismus in der Bundesrepublik. Er wurde immer wieder als Experte und Sachverständiger herangezogen, so auch im ersten und zweiten NPD-Verbotsverfahren. Akademischer Werdegang Sein Vater war Volksschulrektor, die Familie verließ 1958 die DDR und siedelte in die Bundesrepublik Deutschland über. Nachdem er zunächst eine Verwaltungslehre absolviert hatte, holte er ein 1971 DK-Sekunden-Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nach. Anschließend studierte Jesse von 1971 bis 1976 Politikwissenschaft und Geschichtswissenschaft an der Freien Universität Berlin. In dieser Zeit war er Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung. Am Berliner Otto-Sueh-Institut für Politikwissenschaft gehörte er zu einem Kreis von Schülern, die vom Vater der modernen Politikwissenschaft Ernst Frenkel beeinflusst wurden. Von 1978 bis 1983 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Trier. 1982 wurde er beim Parteienforscher Peter Hauens. Sein Zweitgutachter war er Wien-Faul. Am Fachbereich 3 mit der preisgekrönten Politikwissenschaftlichen Dissertation Wahlrecht zwischen Kontinuität und Reform, die 1985 in die Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien aufgenommen wurde, zum Dr. Phil. Promoviert. Anschließend war er bis 1989 an der Universität Trier als Hochschulassistent tätig. 1989-90. folgte die Habilitation, die unveröffentlicht blieb, zum Thema streitbare Demokratie in der Bundesrepublik. Das Beispiel des Extremistenbeschlusses von 1972 und die Privatdozentur am Fachbereich 3 der Universität Trier im Fach Politikwissenschaft. Bis 1993 vertrat er Lehrstühle und war Gastprofessor an den Universitäten in München, Trier, Potsdam und Mannheim. Von 1993 bis 2014 hatte er den Lehrstuhl für politische Systeme, politische Institutionen am Institut für Politikwissenschaft der Philosophischen Fakultät der TU Chemnitz-Inne. Von 2010 bis 2012 war er geschäftsführender Institutsdirektor, davor stellvertretender Direktor. Er ist Vertrauensdozent der Hans-Seidel-Stiftung und betreute die Primotions-Kollegs politischer Extremismus und Parteien. Politik und Parteienentwicklung in Europa und Demokratie in Europa. Zu seinen akademischen Schülern gehören U.A.R. Andreas H., Apelt, Udo Baron, Ferder Star, Carmen Ewerts, Lothar Fritze, Alexander Gallus, Robert Grünbaum, Florian Hartlieb, Falk Elling, Steffen Keilitz, Jürgen P. Lang, Sebastian Leibold, Tom Mannewitz, Helmut Müller, N. Bergs, Viola Neu, Tim Peters, Birgit Retsch, Thomas Schubert und Tom Thieme. Henker Kliese begann ihre Promotion bei Eckart Jesse. Jesse ist seit 1983 mit einer Lehrerin verheiratet. Wirken Jesses Forschungsschwerpunkte sind die Demokratie, Extremismus und Totalitarismus sowie Wahl- und Parteienforschung, das politische System der Bundesrepublik Deutschland sowie die historischen Grundlagen der Politik. So vertrat er gemeinsam mit anderen Forschern 1986 die These der alleinigen Täterschaft Marinus van der Lubbes beim Reichstagsbrand von 1933. Eckart Jesse, Uwe Backes und Rainer Zietelmann waren Gründer des Feldensteiner Kreis zur Erforschung von Extremismus und Demokratie. Heute wird die Veranstaltung von Eckart Jesse, Uwe Backes und Werner Müller organisiert. In den 1980er Jahren war er gemeinsam mit seinem Lehrer, Peter Haunz, Herausgeber der Reihe Beiträge zur Zeitgeschichte im Kolloquium Verlag. Gemeinsam mit Frank-Lothar Kroll gibt er seit 2007 die Reihe Chemnitzer Beiträge zur Politik und Geschichte und gemeinsam mit Roland Sturm seit 2012. Die Reihe Parteien und Wahlen heraus. Jesse war Vorsitzender der Fachvereinigung Deutschen Gesellschaft für Politikwissenschaft. Darüber hinaus ist bzw. war er Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Beiräte, Kuratorien und Vorstände U.A.R. Der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, der Gesellschaft für Deutschlandforschung, der Stiftung Lettersberg, der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, des Dresdner Hannah Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung inklusive der Zeitschrift Totalitarismus und Demokratie und dem Journal für Generationengerechtigkeit. Jesse ist Redakteur der Zeitschrift Mut und ständiger Autor der Bundeszentrale für politische Bildung. Zudem steuerte er umfangreiche Artikel zu der 30-bändigen Koron-Enzyklopädie, einer vollständigen Überarbeitung der Bertelsmann-Lexikothek, wie Staat in Geschichte und Gegenwart, der demokratische Verfassung, Staat und Diktatur, Extremismus und Terrorismus. Die CDU-Fraktion der Sächsischen Landtages bestellte Jesse 2012 als Sachverständigen in den NSU-Untersuchungsausschuss. Jesse tritt als Referent bei Veranstaltungen des Bundesamtes und der Landesämter für Verfassungsschutz auf. Seine Publikationen, die teilweise erklärtermaßen zum Behördengebrauch bestimmt sind, werden vom Bundesinnenministerium angekauft und finden in Publikationen des Verfassungsschutzes Verwendung. Gemeinsam mit Uwe Backes vom Heid gibt Jesse seit 1989 Dekasekunden Jahrbuch Extremismus und Demokratie sowie eine Schriftenreihe gleichen Namens heraus, die inzwischen zu den Standardwerken der Extremismusforschung gehören. 2001 veröffentlichte das Jahrbuch ein biografisches Porträt des Holocaust-Leugners Horst Mahler, das nach einem Besuch Jesses bei Mahler entstand. Jesse war vom Bundesverfassungsgericht als Gutachter im gescheiterten NPD-Verbotsverfahren vorgesehen. In einer Pressemitteilung der TU Chemnitz wird seine Haltung wie folgt dargestellt. Wegen der Bedeutungslosigkeit der NPD hält Jesse einen Partei-Verbotsantrag für unzweckmäßig. Gleichwohl sieht er ein Verbot dieser aggressiv-verfassungsfeindlichen Partei als rechtmäßig an. In einem Interview äußerte er sich skeptisch zu der Wirkung eines NPD-Verbots, wozu alle Versuche geführt haben, die NPD mundtot zu machen und zu verbieten, haben wir in der Vergangenheit gesehen. Sie gibt es immer noch. Und sie konnte sogar nach Jahrzehnten in einen deutschen Landtag einziehen. Zwar ist nach Jesses Ansicht die Verfassungsfeindlichkeit der NPD ja eindeutig gegeben. Er sieht jedoch in dem möglichen Scheitern eines Verbotsverfahren die Gefahr, die NPD könne dann den Eindruck erwecken. Sie hätte einen demokratischen Persilschein und äußerte auch grundsätzliche Bedenken gegen Parteienverbote, die den Bürgern den Eindruck vermitteln könnten, man werde auf andere Weise mit der Partei nicht fertig. Der Jurist und Ressortleiter Heribert Pantel der Süddeutschen Zeitung kritisierte die Bestellung Jesses zum Gutachter, da dieser durch Bagatellisierung von Rechtsextremismus und Antisemitismus aufgefallen sei. Jesse Mangele an der für einen gerichtlichen Gutachter erforderlichen Objektivität der Sachkunde. 2016 wurde er als Sachverständiger im zweiten NPD-Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht berufen. Akademischer Disput und Kontroversen Jesse hat eine Extremismustheorie entwickelt, die er wie folgt beschreibt. Der vergleichend angelegte Extremismusbegriff erlaubt es nach Jesses Ansicht, verschiedene antidemokratische Strömungen politischer und religiöser Ausrichtungen zu erfassen, ohne diese gleichzusetzen. Jesses Extremismusforschung sowie sein Totalitarismusbegriff werden von einigen Historikern und Politikwissenschaftlern, wie zum Beispiel Richard Stöß abgelehnt, weil eine Gleichsetzung von Linksextremismus und Rechtsextremismus im Begriff des Totalitarismus sich nicht für eine differenzierende Analyse eigne und gravierende Unterschiede zwischen diesen beiden Phänomenen, insbesondere die origineer antidemokratische Haltung rechter Ideologien, Verschleiere. Dagegen verteidigte der Rechtsextremismus-Experte und SPD-Politiker Matthias Brotkopf Jesses Herangehensweise. Der Politikwissenschaftler Armin Pfeiltrauber hat der Kritik an der Extremismustheorie in einer »Kritik der Kritik« vorgehalten. Sie gehe von »Fehldeutungen und Missverständnisse« n. aber auch »Unterstellungen und Verzehrungen« aus Er verwendet den Extremismusbegriff weiterhin. Nach der Landtagswahl in Hessen 2008 unterstützte Jesse die Entscheidung seiner ehemaligen Doktorandin Carmen Evertz. Bei der geplanten Wahl zur Ministerpräsidentin nicht für Andrea Ypsilanti und eine durch die Linke tolerierte Minderheitsregierung nach dem Magdeburger Modell zu stimmen, die Linke weise extremistische Züge auf die kaum noch thematisiert würden. Im Gegensatz zu Benno Hafenegger und anderen unterstützte Jesse die Bestrebungen von Ministerin Christina Schröder, Präventionsprogramme gegen linken Extremismus und Islamismus zu etablieren, denn Deutschland habe ein Problem mit Rechts- und mit Linksextremismus. Kritik löste die These aus, der Nationalsozialismus habe in Deutschland einen »Modernisierungsschub« bewirkt. Wie sie in dem Sammelband »Schatten der Vergangenheit« von Rainer Zittelmann, Uwe Backes und Eckart Jesse vertreten wird. Jesse vertritt hier die Ansicht »Antisemitismus und Rechtsextremismus« sein »mehr Phantom als Realität«. Die Ursache für die Aufmerksamkeit in Bezug auf dieses »Phantom« sieht Jesse unter anderem in der vielfach privilegierte jüdische Position in Deutschland. Jüdische Organisationen brauchen Antisemitismus in einer gewissen Größenordnung, um für ihre Anliegen Gehör zu finden und ihre legitimen Interessen besser zur Geltung zu bringen. Andere Autoren des Sammelbandes forderten, Deutschland solle aus dem »Schatten der Vergangenheit« heraustreten. Prante bezeichnete den Band als Standardwert des gemäßigten Geschichtsrevisionismus. Der Politikwissenschaftler und Antisemitismusforscher Lars Rehnsmann verortet Jesse, Backes und Zittelmann im Umkreis der Neuen Rechten. Rehnsmann kritisiert einige Ideologämie, es befindet aber auch. Jesse habe wenig Berührungsängste mit dem zur Neuen Rechten zugeordneten Hans-Helmut Knüter gehabt, ohne dass er sich allerdings so weit nach rechts wie Knüter bewegt hätte. Auch Wolfgang Wippermann ging in einer grundsätzlichen Kritik im Totalitarismus-theoretischen Ansatz von Jesse so weit, ihn in die Nähe der Neuen Rechten zu rücken. In der Auseinandersetzung mit Armin Pfaltrauber, der eine Erosion der Abgrenzung zwischen Rechtskonservativen und Faschisten sah, behauptete Jesse 1996, dass es in der Bundesrepublik eine unüberwindbare Grenze zwischen Konservatismus und Rechtsextremismus gäbe. Eckart Jesse verweigerte als Vorsitzender des Primotions-Kolloquiums die Nachprüfung zu Sebastian Maas' Dissertation. Maas, so Jesse, betreibe in unwissenschaftlicher Weise rechtsextreme Apologetik. Veröffentlichungen Die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland Eine Einführung in das politische System Kolloquium Berlin 1978 ISBN 3-7678-0453-08 Aktualisierte und erweiterte Auflage Nomus Baden-Baden 1997 ISBN 3-7890-5213-2 Streikbare Demokratie Theorie, Praxis und Herausforderungen in der Bundesrepublik Deutschland Kolloquium Berlin 1980 ISBN 3-7678-0490-52 Durchgesehene Auflage EBD 1981 ISBN 3-7678-0529-4 Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demokratische Republik Die beiden deutschen Staaten im Vergleich Kolloquium Berlin 1980 ISBN 3-7678-0518-9-4 Erweiterte Auflage EBD 1985 ISBN 3-7678-0658-4 Metuwe Backes Totalitarismus, Extremismus, Terrorismus Ein Literaturführer und Wegweiser zur Extremismusforschung in der Bundesrepublik Deutschland Leske plus Butrich Opladen 1984-2 Aktualisierte und erweiterte Auflage EBD 1985 ISBN 3-8100-0560-6 Wahlrecht zwischen Kontinuität und Reform Eine Analyse der Wahlrechtsdiskussion und der Wahlrechtsänderungen in der Bundesrepublik Deutschland 1949-1983 Droste, Düsseldorf 1985 ISBN 3-7700-5129-7 Metuwe Backes, Karl-Heinz Janssen, Hans Momsen, Henning Köhler und Fritz Tobias Reichstagsbrand Aufklärung einer historischen Legende Mit einem Vorwort von Loe de Jong Pieper, München, Zürich 1986 ISBN 3-492-0302-7-0-2 Auflage EBD 1987 ISBN 3-492-107-8-5-0 Wahlen Bundesrepublik Deutschland im Vergleich Kolloquium Berlin 1988 ISBN 3-7678-0689-4 Metuwe Backes, Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland Wissenschaft und Politik Köln 1989 Band 1, Literatur, ISBN 3-8046-8-695-8 Band 2, Analyse, ISBN 3-8046-8727-x Band 3, Dokumentation, ISBN 3-8046-8728-8 Metuwe Backes, Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland Bundeszentrale für politische Bildung Bund 1989 ISBN 3-893-310401-4 Völlig überarbeitete und aktualisierte Auflage EBD 1996 ISBN 3-893-31260-9 Metuwe Backes und Rainer Zittelmann Die Schatten der Vergangenheit Impulse zur Historisierung des Nationalsozialismus Propelin, Frankfurt, Berlin 1990 ISBN 3-549-07407-7-2 Auflage Ulstein EBD 1992 ISBN 3-54833161-0 Metuwe Backes Totalitarismus und Totalitarismusforschung Zur Renaissance einer lange tabuisierten Konzeption In Jahrbuch Extremismus und Demokratie 4-1992 Entnazifizierung und Entstasifizierung als politisches Problem In Josef Isensee Vergangenheitsbewältigung durch Recht Drei Abhandlungen zu einem deutschen Problem Dunker und Humblott Berlin 1992 ISBN 3-42807-4580 Repräsentative Demokratie Knot Mell 1995 ISBN 3-88368-2721 Totalitarismus im 20. Jahrhundert Eine Bilanz der Internationalen Forschung Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden 1996 ISBN 3-7890-4408-3 EBD 1999 ISBN 3-7890-5954-4 Mit Konrad Löw Vergangenheitsbewältigung Dunker und Humblott Berlin 1997 ISBN 97 ISBN 3-4280-9183-3 Mit Steffen Keilitz Prägekräfte des 20. Jahrhunderts Demokratie, Extremismus, Totalitarismus Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden 1997 ISBN 3-7890-487-4-7 Mit Günter Heidemann Diktaturvergleich als Herausforderung Theorie und Praxis Dunker und Humblott Berlin 1998 ISBN 3-4280-97157 Eine Revolution und ihre Folgen 14 Bürgerrechtler ziehen Bilanz Links Berlin 2000 ISBN 3-86153-2239 Interview zum Verhältnis konservative Rechtsextreme in Deutschland Magazin August 2001 Mit Manfred Ageten und Erhard Neubert Der missbrauchte Antifaschismus DDR-Staatsdoktrin und Lebenslüge der deutschen Linken Herder, Freiburg, Basel, Fien 2002 ISBN 3-451280175 Mit Roland Sturm Demokratien des 21. Jahrhunderts im Vergleich Historische Zugänge, Gegenwartsprobleme, Reformperspektive Leske plus Butrich Oplan 2003 ISBN 3-8103-732-X Deutsche Geschichte Vom Kaiserreich bis heute Komplektverlag München 2004 ISBN 3-8174-5626-3 Neuauflage Neuauflage EBD 2008 ISBN 978-38174-66061 Mit Alexander Gallus Staatsformen Modelle politischer Ordnung von der Antike bis zur Gegenwart Ein Handbuch Bölau, Köln, Weimar, Fien 2004 ISBN 3-412-07604-X2 Aktualisierte und ergänzte Auflage Staatsformen von der Antike bis zur Gegenwart Ein Handbuch EBD 2007 ISBN 978-3825283438 Mit Tuwe Backes Vergleichende Extremismusforschung Nomus Baden-Baden 2005 ISBN 3-8329-0997-4 Der Umgang mit parteipolitischem Rechtsextremismus Konrad-Adenauer-Stiftung St. Augustin 2005 ISBN 3-9377-3169-5 Mit Günther Heidemann 15 Jahre Deutsche Einheit Deutsch-Deutsche Begegnungen Deutsch-Deutsche Beziehungen Dunker und Humblott Berlin 2006 ISBN 3-4281-21309 Mit Tuwe Backes Gefährdungen der Freiheit Extremistische Ideologien im Vergleich Wandenhöck und Ruprecht Göttingen 2006 ISBN 3-5253-6905-0 Friedliche Revolution und Deutsche Einheit Sächsische Bürgerrechtler ziehen Bilanz Links Berlin 2006 ISBN 3-86153-379-0 Mit Hans-Peter Niedermeier Politischer Extremismus und Parteien Dunker und Humblott Berlin 2007 ISBN 978-3-4281-2596-8 Mit Eckart Klein Das Parteien-Spektrum im wiedervereinigten Deutschland Dunker und Humblott Berlin 2007 ISBN 978-3-4281-2624-8 Mit Eberhard Sandschneider Neues Deutschland Eine Bilanz der Deutschen Wiedervereinigung Nomus Baden-Baden 2008 ISBN 978-3-8-3-2-9-3-1-9-7-1 Demokratie in Deutschland Diagnosen und Analysen HSG Und Eingel Von Uwe Backes und Alexander Gallus-Bölau Köln Weimar Fien 2008 ISBN 978-3-412-20157-9 Mit Jürgen P. Lang Die Linke Der smarte Extremismus einer deutschen Partei Oldsug Verlag München 2008 ISBN 978-3-7-8-9-2-8-2-5-7-7 Die Parteiendemokratie in der Krise Bettschäm, Köln 2008 ISBN 978-3-7-6-1-6-2-1-1-4-1 Diktaturen in Deutschland Diagnosen und Analysen Nomus Baden-Baden 2008 ISBN 978-3-8-3-2-9-3-6-7-9-2 Parteien-System und Koalitionsbildung im Wandel In Mut Heft 6 2010 1-21 Mit Gerd Strohmeier und Roland Sturm Europas Politik vor neuen Herausforderungen Barbara Butrich-O-Pladen Farmington Hills 2011 ISBN 978-3-8-6-6-4-9-3-8-2-7 Mit Tom Thieme Extremismus in den EU-Staaten VS Verlag Wiesbaden 2011 ISBN 978-3-5-3-1-1-7-0-6-5-7 Mit Roland Sturm Bilanz der Bundestagswahl 2009 Voraussetzungen Ergebnisse Folgen Nomus Baden-Baden 2012 ISBN 978-3-8-3-2-9-7-6-0-6-4 Mit Gerhard Hirscher Extremismus in Deutschland Schwerpunkte Vergleiche Perspektiven Nomus Baden-Baden 2013 ISBN 978-3-8-4-8-7-0-0-9-0-5 Mit Andreas H. Apelt und Heide Gephardt Nation 2012 Was bedeutet Nation heute und welchem Wandel unterliegt sie? Mitteldeutscher Verlag Halle 2013 ISBN 978-3-9-5-4-6-2-0-7-3-9 Mit Frank Decker Die deutsche Koalitionsdemokratie vor der Bundestagswahl 2013 Parteien-System und Regierungsbildung im internationalen Vergleich Nomus Baden-Baden 2013 ISBN 978-3-8-3-2-9-7-7-2-8-3 Mit Sebastian Liebold Deutsche Politikwissenschaftler Werk und Wirkung Von Abendroth bis Zellentin Nomus Baden-Baden 2014 ISBN 978-3-8-3-2-9-7-6-4-7-7 Mit Roland Sturm Bilanz der Bundestagswahl 2013 Voraussetzungen Ergebnisse Folgen Nomus Baden-Baden 2014 ISBN 978-3-8-4-8-7-1-1-1-8-5 Mit Thomas Schubert und Tom Thieme Politik in Sachsen Springer VS Wiesbaden 2014 ISBN 978-3-5-3-1-1-8-5-5-0-7 Mit Timmernmeier Deutschland herausgefordert Dunker und Humblott Berlin 2014 ISBN 978-3-4-2-8-1-4-4-4-9-5 Mit Andreas H. Apelt und Heide Gephardt Zivilcourage gestern und heute Pflicht oder Kür Mitteldeutscher Verlager Mitteldeutscher Verlag Halle 2014 Friedliche Revolution 1989 Mitteldeutscher Verlag Halle 2015 ISBN 978395462443-0